moin moin kapitän und kapitän es geht weiter gewählte gefechte jetzt mal sind wir ein bisschen ja weiß es nicht so deutlich habe ein bisschen versucht privat zu spielen war ich komplett auf 14 zurück da wieder auf 13 ja mal gucken immer nur rang ich hoffe dass ich reiche noch immer doch mal die rang 12 es ist relativ spät ich habe ein bisschen gearbeitet noch was gegessen und deswegen muss man ja ich kann nur nur abend spielen aber naja ich versuche jetzt mein glück die winterzeit sind ja vorbei mein urlaub ist ja auch jetzt vorbei deswegen dass wir es nebenan als abstand viel blablabla ab sind gefecht und wie habt ihr die winterzeit genossen ich habts schön genossen eine woche urlaub gehabt und leider zu ende ich möchte meinen urlaub wieder haben und und oh gott oh gott das ist ja auch nicht so oft jukaku lexi bestimmt ap bomben mhm jukaku eigentlich haben wir das sind ja auch nicht so oft die aufstecken sind fast identisch das habt ihr mir einen plan ich hätte die beginne nach a Jep, kein Blasch, super. Ja, ein bisschen zu laut, ein bisschen leiser. Ja, daaa, ja, viel Erfolg. Uh, zusammenbleiben, das ist eine Anzahl. Ach, dass der hinter mir ist. Echt? Sollen alle nach B fahren? Okay. Uh, haha. Haseflagge. Wir fahren echt alle nach B. Oh Gott, wird das was wird. Ei, 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 ei. Oh, Chukaka hat den Luftherrschaftsmodus ausgewählt. Boah, dann muss es dann den Vorteil ausnutzen. So, bissi, 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 und Feuer! Ja, kein Arnwinkel. Okay, die Strömung ist ein bisschen sehr hoch. Okay. Ah, ha, 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 ha. Die hat ein bisschen ein paar Zentimeter mehr wie ich. Ähm. Vor allem zum Zug aggressiv nach vorne, das würde ich auch gehen. Das ist ein bisschen, ja, Mann. Ja, mal kurz. Ah, ich glaube zu kurz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Woah, viel zu spitz. Eieieie, okay, die Kagierung holt ihn schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Woah, viel zu sp... Oh, da kommt viel zu spitz an. Trotz viel Spitzwinkel? Ähm, sehr zufrieden. Warum schießt keiner auf diesen blühen Didi? Mensch, Leute. Ja. Das war ein Griff. Oh, Mann. Die Hieber, okay. Die Hieber, ja. Ich kann den Blühen, ich kann den Blühen, ich kann den Blühen zurückfahren. Oh, dann bin ich schon getroffen. Das war eine Dupan, sie sind mir richtig schön um die Ecke. Eieieiei. Eieieieiei. Hier kommen schon die Tops. Eieieiei. Das war ein Kristus und Clus auf dem Bein. Eieieiei. Eieieiei. oh die bisburg schief er ist wegen so gefahren, auch nicht schlecht oh schön au 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 au, er hat zurückgefahren, er hat zurückgefahren er hat schon kackt, du wirst es ja eigentlich wird es irgendwie mal auf Bumba gießen oh komm komm komm, der sieht gut aus ach shit ne 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 kann ich nicht mehr schaden denken was macht die bisburg hinter uns oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott komm komm und ach ach komm komm der muss raus oh Junge, das machst du im vier komm 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 und ach, nicht genug jawohl, schön ach shit ja ja was macht die um zu CV auf einmal äh CV hallo wir fliegen schnell wir fliegen schnell wir fliegen schnell weg halt hat das echt auf ko ne ja super Ah, super, ey. Wir können hier wenigstens die Bismarck-Wingst... Wenn man hier die Eisen selber machen muss, immer. Jetzt müssen wir pushen. Geht ja gar nicht mehr. Der ist jetzt faul, ooooh. Der steht, der steht, das ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Torpedoes astern. Oh, schütter, schütter, schütter. Das fällt mich dicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh Gott. Und da ist ich muss noch, super. Oh. 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 Oh, komm, bitte. Jo, egal. Hier, woher ich? Ai, 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 ai. Oh, was ist das? Was ist denn vor mir? Geister. Jawohl, Krustel, die überkommen. Nice. Oh, mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, 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 komm. Nehmen wir ihn raus, nehmen wir ihn raus. Jawohl. Nee, 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 nee. Nehmen wir mal healen. Alter. Eieieiei. Nein. Die haben uns ja bis, man ist auch schon tot. Och, Mann. Auch rausgenommen. Super, aber ich glaube, die hat quasi Kaisersatz viel zu viel AP. Da ist die Fliege raus. Puh. Fighter airborne. Der hat keiner raus, der Kaisersatz gut haben wird. Ach, der hat uns jetzt V. Der kann dann über den Berg rüber schießen. Au, au, au. Oh, au. Alter, der hat die Runde richtig schön in der Regel. Ich muss mal einmal Schuss abgeben. Alter. Nee, komm. Ey, Leute, komm. Doch, ey. Was soll das? Was soll das? Ey. Wenn du keinen Bock hast auf gewährte Gefechte, dann lass es, hör, geh raus. So welche, Leute, versaust du echt die scheiß Runden hier. Alter. Oh, über Kopfschmerzen, ey. Nee, ohne Worte. Schon wieder so ein Lappengewährte, gewährte Spiel. Ich geh raus. Das ist so traurig. Wir hätten die Runde gewinnen können. So easy gewinnen können. Ey, das verstehe ich nicht. Wenn ihr irgendwas macht, macht es vorher oder danach irgendwas, aber nicht in ein Gefecht, dann versorgt ihr die Leute die Runde, aber richtig. Naja. Ich verabschied euch mal, ich verabschied euch mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und wenn, noch einen schönen Abend noch.